Hallo Leute, ich bin euer Tarko. Erstmal sorry für das schlechte Licht. Und zweitens, heute hat nämlich Claudine Geburtstag. Vielleicht kenn ich sie, Claudine Wolf. Und ja, ich treffe mich gleich mit Arif und Laguna vor dem Shopping Center. Denn wir müssen noch ein Geschenk für sie kaufen. Denn wir haben noch keines. Und ja, da habe ich noch meine Sachen gepackt. Und ja, los geht's. Also, ich bin jetzt vor dem Shopping Center mit Ari. Aber irgendwie ist Laguna noch nicht da, deswegen warten wir noch ein bisschen. Hi Leute, sorry, ich bin zu spät. Oh, ihr filmt. Ja, wir werden den ganzen Tag filmen. Cool. Also Leute, ich freue mich schon mega auf den Pijama-Party. Ich mich ja auch. Ich mich auch. Also, wir gehen jetzt ins Shopping Center und mal gucken, was es hat. Also, ja. Das nehme ich, das nehme ich. Oh, Leute, wir könnten ihr doch noch eine Tasche kaufen. Wer kauft ihr noch eine Tasche? Soll ich? Ja. Also, was hast du, Braco? Stiefel, du? Ein Plüchstierchel, das sich schon immer gewünscht hat. Gut, welche Tasche? Nimm mal Silber und äh, diese schöne Tasche. Okay. Ich kauf noch etwas anders, nämlich. Okay. Ich habe noch ein schönes Kleid, das zu ihr passt. Oh, ja. Das wird sicher zu ihr passen. Ich möchte gerne noch das da hier. Ja, ist gut. Ich habe es einfach voll heim gemacht. Ich habe mir diese Tasche gekauft, mit diesem Kleid. Und jetzt habe ich das Kleid hier rein getan. Okay, Leute, warte mal ein bisschen. Ja, ist gut. So, und ich habe die Schuhe jetzt einfach da rein getan. Und jetzt kommt endlich Lagula. Ja. Okay, wir können gehen. Ja, Leute. Äh, und ich frage euch jetzt nicht, wo Ari und Dracula sind. Die holen jetzt das Geschenkpapier. Und ich zeige euch jetzt mal alle Geschenke. Hier so schöne goldene Stiefel, weil Claudius lieb ich. So ein bisschen Gold und Lila, glaube ich. Also Violett. Und dann so eine schöne Silbertasche. Da ist eine Rose drin. Und dann so eine Tasche. Und dann so ein Kleid. Oh ja, ich warte jetzt, bis sie das Geschenkpapier geholt haben. So, wir haben jetzt die Geschenke eingepackt. Ich weiß, dass das Licht gerade so hübsch. Und zwar hat jetzt Claudius gesagt, die soll später kommen, da sie noch vorbereiten muss. Und dann schwingen. Boah. Warten wir jetzt ein bisschen. Und packe einfach noch weiter. Also Leute, sie hat jetzt gesimmt. Wir können hochgehen. Und dann gehen wir auch hoch. Also Leute, ich bin jetzt schon mal oben. Aber die anderen müssen noch kurz was machen. Und ja, ich bin bei Claudius, beim Geburtstagskind. Hi Leute. Das ist ja heute besonders schon geil gezuggelt. Hey, es ist mein Geburtstag. Ja, darf ich schon mal meine Bettsachen bereit machen? Ja, mach nur. So, meine Bettsachen sind jetzt bereit. Aber ich habe mich noch nicht umgezogen. Mal gucken, was Claudine dann hat. Ja. Wir werden dann noch einen Film gucken. Ist eigentlich zu viel. Sorry. Wir kommen. Wo ist die Kabel? Oh, ist das mein Geschenk? Ja. Ich lebe es mal zu mir. Hi Claudine. Hi Laguna. Bin ich hier richtig beim Geburtstagskind? Jetzt? Jetzt hör mal auf. Oh. Ich mache schon mal meine Sachen bereit. Okay? Ja. Ich habe auf einmal einen neuen Schlummeranzug. Cool. So. Sieht bequem aus. Sei bequem. Dein Bett sieht so bequem aus. Dann leg ich die Sachen hier noch wegräumen. Ja, wenn es würde gehen. Weil Ari hat wahrscheinlich nur noch Klappplatz. Okay. Hi. Hi Leute. Äh. Oh. Hi Ari. Hi. Hi. Ah, Mann. Äh. Boah. Okay. Dann packe ich jetzt mal meine Sachen erst. Also Leute. Ich schlage vor. Wir ziehen unsere Pijamas an. Und dann gucken wir Film. Und dann bestellen wir uns was. Okay? Mhm. Ja, ist gut. Okay. Aber jetzt kann ich die Sachen ziehen. So. Ich habe wieder mein wunderschönstes Pijama. Achso. Achso. Ähm. Falls ihr euch fragt, was das da hier ist. Leute. Das ist meine Schlafdell. Okay. Was wollt ihr als erstes machen? Film oder Geschenke? Oder Essel? Hm. Film. 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 Oh mein Gott, 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 oh okay, oh, oh, Leute, ist die Zähne vorbei? Nein, noch nicht, oh mein Gott, oh nein, oh mein Gott, nein, weißt sie nicht, weißt sie nicht, oh, oh, kann ich jetzt gucken? Ja, oh, okay, als der Film fertig war. So, endlich, der Film ist fertig. Also, Leute, was jetzt? Wollen wir was essen oder Geschirke? Essen! So, Leute, das war's mit dem ersten Teil, ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, Claudine hat heute Geburtstag, und ja, bis zum nächsten Teil. Bye!